Ich bin Sophie. Ich bin Tim. Für einen jungen Mann, der die Musik liebt, gibt es keinen besseren Ort als dieses Internat. Was spielst du für ein Instrument? Ich bin Sänger. Zeig mir, was du kannst. Hör auf! Was soll das sein? Es lebt wahre Magie in diesem Bauern. Was genau machst du da? Was ist hier los? Was passiert hier? Du bist ein Prinz. Bring mir meine geliebte Tochter zurück. Du solltest das Risiko eingehen, wenn du herausgefunden hast, was du willst. Prinzessin Pamina? Ich und Prinz Tamino wurden gesandt, um dich zu retten. Ihr da! Bleib stehen! Glaubst du mir, ob ich glaube, dass eine Uhr in der Schulbibliothek in die Welt von Mozarts Zauberflöte führt? Ja. Nein. Geheillet. Das ist ein Hindernis. Geheillet. Das ist einaguern.